Oh, my wonderful love, meine lieben Freunde. Ja, ich fühle die Musik. Willkommen zu Let's Play oder Let's Spiel oder was auch immer. Let's Spiel zwei Folgen und danach nie wieder. Ja, das ganze Raft. Ich wollte das Spiel eigentlich schon ganz, ganz lange in der Vergangenheit spielen. Also wollte ich schon sehr, sehr lange Let's Playen. Ja, das ganze hat aber einfach irgendwie nie funktioniert, weil eine Zeit lang ging der Ton einfach nicht bei meinem PC und so. Und dann kamen halt andere Spiele, zum Beispiel jetzt No Man's Sky und da ging das ganze ein bisschen unter. Aber jetzt wusste ich nicht mehr, was ich jetzt mal so machen kann und jetzt habe ich einfach mal das gemacht. Weil No Man's Sky habe ich noch eine Folge im Petto und dann wollte ich eigentlich noch Subnautica machen, aber da war die Auflösung total kacke und dann wollte ich das nicht nochmal aufnehmen. Ja, und deshalb machen wir das jetzt hier so. Wir spielen auf Normal, dein Weltname, Juice, World. Ach, verdammt. Tastatur. Genau, das muss ich auch noch machen. World. Ähm... Einstellung. Steuerung. Vorwärts. W. S. D. A. So. Neue Welt. Juice, World. Welt erschaffen. Das Prinzip von Raft kämpft wahrscheinlich jeder. Wenn du bist mitten im Ozean, hast nur wenig und immer kommen so Sachen vorbei und die muss man halt fangen. Irgendwann taucht natürlich auch so ein netter Hai auf, der einem dann das Leben schwer macht. Und ich weiß gerade gar nicht, was ich hier jetzt mache. Ich sammle hier jetzt einfach mal ein bisschen Kram. Meine Maus schmiert schon wieder total. Weil die hier hinten am Kabel festhängt. Und ich weiß gerade nicht, was ich hier jetzt machen kann, was ich hier jetzt machen kann. Ja, genau. So, haben wir ein Seil schon mal. Genau, da schwimmt auch der nette Hai. Löchen. Und, jo. Ich sammle jetzt hier mal... Oh. Ja. Der Hai findet das natürlich nicht so gut, dass wir jetzt hier bei was auch immer überlebt haben. Wir müssen ja irgendeinen Unfall gehabt haben oder sowas. Darüber gibt es natürlich gar keine Informationen in Raft. Warum auch? Ich meine... Raft ist halt Raft. Und ich hoffe, er knabbert uns jetzt hier gleich nicht den Boden unter den Füßen weg, während wir hier fröhlich unser Zeug sammeln. Ich weiß gar nicht, ob er das macht. So. In den Fässern ist besonders viel Material drin. Aber wir haben jetzt hier schon ein bisschen Zeug. Dann können wir uns jetzt hier mal kurz den Hammer machen. Bauhammer herstellen. Du kommst mal auf die zwei. So. Machen wir mal so. Zack. Dann brauchen wir noch einen Speer. Wir brauchen unbedingt einen Holzspeer. Planke, drei von acht und Seile. Okay. Dann machen wir hier ein Seil schon mal. Dich hole ich mir. Weil mit dem Holzspeer-Ding können wir nämlich den Hai vertreiben, wenn er sich dazu entschließt, unser Boot anzuknabbern. Das finden wir natürlich dann nicht so toll. Und dementsprechend können wir ihm dann eine verpassen. Ähm, so. Oh, wir haben schon, wir haben schon Essenszeug. Genau, wir haben unten hier auch eine Essensanzeige. Und wenn man einmal gestorben ist, dann wird das Ganze... Och, komm schon, Instagram jetzt hier nicht, ne? Ne, während der Aufnahme kann es doch jetzt nicht sein, dass, äh, dass ich hier gestört werde. Ne, das sehe ich, das sehe ich nicht ein. Deshalb müssen wir jetzt hier dahin. Ich habe ein Dings übersehen. Toll. Da kommt ein... Wupp. Zack. Ähm, ich schreibe mal der Person kurz über Instagram, dass... Äh, ich gerade nicht kann. Ähm. Ja. Das mache ich mal kurz hier. Bis gleich. So. Das hat sich jetzt hier auch schon. Dann kommt dann schon das Nächste da. Ich hoffe, ich schreibe jetzt nicht zurück. Ähm, die Person. So. Zack, hier nochmal ein bisschen was. So, jetzt müsste das hier auch für das Speer... Für unser Holzspeer, genau. Zack. Jetzt haben wir den Holzspeer hier. Wir müssen zusehen, dass wir dann auch... Oh. Äh. Na. So. Das lassen wir... Ah, da kommt schon die erste Insel. Sehr gut. Später kann man dann auch mit einem Anker vor der Insel lichten, mit einem Paddel und Angel. Und, ähm, ja, wir sollten uns jetzt hier aber erstmal auf das Wesentliche konzentrieren. Grill. Okay. Das ging ja einfach. Okay, ich brauche mehr Planken. Dann sammeln wir mal Planken. Ich bin so ein Profi. Na. Ey. Lässt du das wohl mal hier? Nee. Jetzt. Stopp. Eieiei. Denkt auch echt, dass alles zum Essen ist. Apropos Essen, wie spät ist es eigentlich? Grill. Ah. Okay, das geht. Ähm. Ah, da hinten ist ein anderes Schiff. Da. Da. Hallo? Eigentlich müssten wir das irgendwie entern oder so. Das wäre richtig nice. Aber dafür brauchen wir ein Segel und die sind immer schwierig zu bekommen, weil die meistens auch ein Segel haben. Und zack. Mist. So, aber jetzt können wir gleich mal hier auf die Insel und uns... Äh. Verdammt. Ich brauche mehr Kunststoff. Und dann kann man hier auch später tauchen und so. Das finde ich abnormal nice. Lenkt man den Hai kurz ab und dann... So, jetzt hier. Hopp. An Land gehen. Oh, sich natürlich ein bisschen beeilen. Genau, weiße Blume. You fucking idiot! So. Da unten liegt nämlich... liegen nämlich Sachen. Kann man sich dann auch mal... Ah, verdammt, ich kann ich nicht werfen. Achtung, 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 liebe Zuschauer. Die nächsten Minuten sind alle uncut. Ich hoffe, sie haben trotzdem Spaß. Weil der Typ, der das Ganze schneidet... Ah, Mist, doch hier. Segel. Oh Gott, ist das viel. Äh. Ja, schade. Es wäre aber cool gewesen. Es wäre wirklich... Verdammt. Mein Ding ist kaputt gegangen. Wir brauchen Kunststoff, meine lieben Freunde. Nee, das gibt's doch gar nicht. Ey, Kunststoff, bitte. Ähm. So, ich richte mir mal hier meinen Campingkocher rein. Ein, an. Das vielleicht, wenn möglich. Super. Super machst du das. Ja, davon haben wir mehrere Sachen. Oh. Ja, nein, nein. Ja, damit. Äh. Hier kommt auch... Kein Plastik in die Nähe. Ich muss sie, glaube ich, jetzt mal runter. Schnell zurück. Äh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Ei, 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 war das knapp. Hui, ei, ei. Okay. Jetzt... Ja, jetzt geht's wieder. Oh, Gott sei Dank. Zack. Mist. So. Zack. Nein. Plastik. Komm her. Ich muss mal so ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Wie lange mache ich jetzt? Damit das dann später auch von der Zeit her passt. Ja, jetzt geht's hier ganz schön wieder ab. Nein. Komm. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch jetzt nicht. So. So, was wollte ich jetzt machen? Placke. Ähm. Genau, ich wollte ein Segel bauen. Vier von drei Schrott und ich brauche mehr... Okay, jetzt ist sowieso egal, glaube ich. Ja, mit den Fässern. Ey. Ach, schade, wir treiben an dem Ding vorbei. High. Unglaublich, wie viel Müll im Meer schwimmt. Also, ne? Ach, Kaka. Der High guckt da immer noch, was jetzt so abgeht. So, jetzt ist, glaube ich, der passende Zeitpunkt, mal hier wieder so ein bisschen zu gucken, was wir brauchen. Genau, was wir brauchen ist jetzt hier noch eine größere Plattform, wäre mal gut. Zack. So, einfach geht das. Hallo. Stopp. Ey, dich will ich jetzt noch. Ach, komm schon. So, jetzt kann uns der High immerhin hier nicht... Oh. Essen ist da. Fertig. Was auch immer. Okay, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Zeug. Essen. Mh. Köstlich. Aber ich bräuchte Wasser. Ich muss hier gleich mein Wassersterilisierungsgerät bauen. Einfacher Reiniger. Kunststoff fehlt da. Na, du wirst doch nicht wohl. Ah. Hilfe. Stopp. Lass das. Nein. Nein, wegen dir ist mir die Planke entwischt. Ah, shit. So. Och, komm schon. Nein, no. So. Zack, kann man das auch. Oh, es wird... Es wird... Es wird dunkel. Es wird dunkel. Äh. So, sehr gut. Einfacher Reiniger herstellen. Leere Tasse. Kunststoff braucht man dafür. Ähm, wo ist jetzt der Reiniger? Welche Zahl ist das? Sieben, genau. Sehr gut. Zack. Yay, Daumen hoch. Zack. Zack. Das Kunststoff haben wir. Das kann man nicht. Weil ich unfähig bin. Oh, ein Fass. Das muss ich jetzt aber hier kriegen. Nein. Och, come on. Ich will das Fass haben. Bitte, bitte, bitte. Komm. Ja. Ja, Profi. Ah. Beim Mondschein. Das ist... Ja, das hat schon was. Ah, herstellen. So, eben mit Salzwasser füllen. Tasse voll Salzwasser platzieren. Planke platzieren. Das Ganze anzünden. Guck mal, jetzt haben wir sogar Feuer hier. Ähm, so. Drüben ist Plastik. Mist. Ja. Ja. Natürlich. Natürlich. Warum nicht? Komm. Ja. Oh. Gleich doppelt gemoppelt. Sehr nice. Komm. Ah, schade. Ah, ich verdurste. Ähm. Ich hatte ja doch eigentlich gerade vor zwei Sekunden Wasserbehälter. Ah. Nee, das ist glaube ich nicht so gut, wenn ich das hier... Er... ...ä. Äh. Äh. Also jetzt ganz... ... verstehe ich das jetzt nicht. Naja, ist vielleicht zu hohe Technik für mich. wenn ich Otto normal verbrauche. Ja. Romantische Musik. Set Life. So, was können wir denn jetzt hier noch machen? Was wäre denn von Vorteil? Eine Axt wäre auch noch richtig gut, wenn wir auf eine... wenn wir auf eine Insel kommen. Aber... Okay, lasst uns erstmal eine Angelroute bauen. Ich glaube, das ist ganz gut für den Anfang. So. Da ist er auch schon. Ah. Okay. Oh, da kommen Kisten. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So. Dann lasst uns mal angeln. Zack. Ah, da hinten kommen Zweckes. Äh, komm schon. Oh nein, hol den scheiß Ding. Boah, ich will nicht ins Wasser fallen. Okay, ich glaube, das hat der. Ja. Ah, platziere ich eine neue. So. Ist ja kein Ding für den King. Ja, aber da hinten würde ich gerne noch... Ah, schade. Die geht nicht an. Das mit dem Angeln ist so eine Sache. Das ist schwierig. So, die habe ich. Perfekt. Ähm. 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 Kleine Anbaufläche wäre für mich natürlich sehr interessant. Und... Also, ich glaube, das mache ich mal. Ja. Machen wir das mal. Yay. Weil ich habe viel von den... Rüben. Okay, das braucht frisches Wasser. Weil ich glaube, ich muss erst mal trinken. Denke ich. Jetzt einfach mal. Ganz egoistisch. Lecker, lecker. So, ihr braucht frisches... Da hinten ist wieder irgendein Florskollege. Genau. Ähm. Wofanker? Das wäre noch richtig cool. Wir brauchen Palmenblätter dafür. Eigentlich nur noch. Ähm. Aber was ich jetzt noch lieber bauen würde, wäre ein Forschungstisch. Zack. Eieieiei. Ist das ein Gerät? Zack. Ey. Hat der mein Trink... Ah, ne. Ah, ne. Ja, trinken geht noch. Okay, du machst das. So. Was gibt's denn hier alles? Ah, ich muss die Sachen lernen. Genau das hier. Planke, Seil und Nagel. Planke. Ähm. Nagel. Ähm. Nagel. Haben wir keine Planken? Was ist das? Guckt, Kollegen, da hinten sind schon wieder ein paar freundliche Menschen. Ich glaube, jetzt muss ich langsam mal ein Segel bauen. Und ja, ich denke, das werde ich in der nächsten Folge von Raft machen. Ja, ich werde jetzt gleich im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Die Pflanzen wachsen. Und ich hoffe, eure Begeisterung wächst ebenfalls für diesen Kanal. Oder für das, die Let's Play, Dingsbums, was auch immer das hier ist. Ja, und deshalb sage ich auch schon, ciao, ciao und bis bald. Ne, habe ich nicht noch was vergessen? Genau, abonniert diesen Kanal, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video mit euren Freunden, sofern ihr welche habt. Das wäre wirklich sehr nett und würde mir unglaublich weiterhelfen. Und ja, jetzt sage ich auch schon, ciao, ciao und bis bald, hoffentlich. Schönes Wetter. Naja, Kiste will ich hier noch haben. Zack. Okay, jetzt aber wirklich Zeit hier, das Video auszuschalten, ne? Also, tschüss.